Hallo ihr Lieben! Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, wie ihr vielleicht sehen könnt, ist es jetzt mein erstes Video auf YouTube. Ich bin also sehr neu jetzt hier. Also ich mag YouTube halt grundsätzlich. Ich schaue mir auch gerne Videos an, vor allem von Phoebe's Beauty Palace. Da gebe ich uns so Make-Up Cupcake. Also es sind jetzt so meine Lieblings-YouTuber. Und ja, jetzt mache ich jetzt meinen eigenen Kanal. Also willkommen nochmal. Also ich wollte euch jetzt erst in meinem ersten Video mal ein bisschen was über mich erzählen. Also ich heiße Spille, bin 13 Jahre alt, wohne in der schönen Oberpfalz. Ja, Oberpfalz. Und bin Schülerin an einem Gymnasium. Ja, also meine Hobbys sind Eislaufen, Lesen, mich mit Freunden treffen, vor allem mit meiner besten Freundin Marie. Ja, ich spiele gerne mit meinen Haustieren, vor allem mit meinem Babyhasen. Und, ja, ich mache gerne Theater. Ich bin sehr aktiv in einer Theatergruppe tätig. Und ich bin ein riesen Grey's Anatomy Fan. Yeah. Schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, ob ihr Grey's Anatomy auch so gerne mögt. Ja, also auf meinem Kanal dreht sich jetzt alles vor allem um Lifestyle. Auch um Beauty und Style. Ja, so normal halt. Aber vor allem über Lifestyle. Ja. Ja. Vielleicht mache ich auch ein paar Do-it-yourself-Sachen. Aber da entscheide ich mich jetzt dann eher spontan. Und ja, ich weiß, viele YouTuber haben so ihre Videotage. Aber das mache ich jetzt nicht. Also ich versuche, so einmal in der Woche ein Video hochzuladen. Nur ich weiß jetzt nicht, ob ich das schaffe, weil, ja, auch ich meine, vom Schulischen her und so bin ich auch manchmal ganz schön viel beschäftigt. Ja. Ich denke, das war es jetzt auch fürs Erste. Und ja, ich würde mich gerne freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt oder ein Abo dalasst. Ja, mein Ziel jetzt erstmal ist es 100 Abonnenten. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir da mal mithelft. Okay. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Und gebt mir einen Daumen nach oben. Bye.